Hallo, zusammen mit der heutigen Produktvorstellung möchte ich euch unsere neue Routentasche bzw. zwei Routentaschen vorstellen. Einmal erhältlich in der Länge 1,50 m und einmal in der Länge 1,70 m. Somit passen alle Steckrouten rein in die gängigen Größen. Zur Tasche selbst, wie ihr sehen könnt, hier eine große Aussparung für Rollen. Sprich, passen auch Routen mit größeren Rollen rein. Es passen drei montierte Routen rein mit Einzelfächer. Jedes Fach verfügt über einen eigenen Reißverschluss und somit gibt es kein Verkratzen. Die Routen stoßen nicht aneinander, da sie einfach in einzelne Fächer getrennt sind. Wenn ihr jetzt Routen mitnehmen wollt ohne Rollenpack, könnt ihr in jedes Fach mindestens zwei, drei Routen platzieren. Jedoch mit montierten Routen mit Rollen passen drei rein in drei Einzelfächer. Zusätzlich hat es an der Seite zwei große Taschen, wie ihr sehen könnt. Für Routenhalter, für Banksteaks, für eine kleine Tacklebox und so weiter, super geeignet. Tragen könnt ihr die Tasche mit den zwei Tragegriffen hier oben, sowie auch als Rucksacksfunktion, wie jetzt auf der Unterseite hier zu sehen. Wenn ihr jetzt angeht und ihr habt noch eine Tasche dabei oder einen Eimer und so weiter und ihr braucht die Hände frei, könnt ihr die Tasche auch ideal als Rucksack aufsetzen. Die Taschen sind gut geschützt, also ein hochwertiges, stabiles Material. Dadurch sind die Rollen und die Routen innen drin gut geschützt, gut vom Transport zum Angeln. In diesem Sinne erhältlich bei der Tackle-Dealer in zwei verschiedenen Längen, 1,50 Meter oder 1,70 Meter. Und viel Spaß beim Angeln und Petrialle. Und viel Spaß beim Angeln. 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 Vielen Dank.